Und bei uns seht ihr echte Angler. Mit wahren Geschichten. Hallo Leute, pünktlich zur neuen Saison haben die Discounter wieder Angelgeräte in ihr Sortiment aufgenommen und Christian ist letztens mal losgestiefelt und hat mir von Lidl hier das Spinnangelset 50-teilig für Forelle und Barsch mitgebracht. Das hat 20 Euro gekostet und ich guck mal was es taugt. Dafür mache ich es erst mal auf jetzt. So, in dem Set enthalten ist eine fertig montierte Route, 2,10 m, 40 g Wurfgewicht, Rolle, sogar hier eine Ersatzspule, eine Zange, das ist das hier, eine kleine Anleitung und eine Köderbox. Und da werfe ich jetzt als allererstes mal einen Blick rein. Und was mir sofort ins Auge sticht ist Stahlvorfach mit einem Drilling vorne dran. Das ist natürlich nicht schlecht, aber als Spinnangelset braucht man es wirklich, braucht eher nicht. Da wollten sie wahrscheinlich die 50 Teile zusammenkriegen. Ansonsten hier Wirbel, was ist das? Hier haben wir noch so eine Art Forellenvorfach. Gut, da können die Barsche mal drauf speisen. Und auf der anderen Seite, ein paar Stahlvorfächer, Spinner, 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 Perlen, gut ob man die so braucht. Ja, und ein Wobbler. Also macht eigentlich erst mal so einen recht soliden Eindruck. Ob die jetzt allerdings auch laufen, wollen wir mal schauen. Dazu muss ich die ganzen Sachen aber erst mal aufbauen. Was mir ganz gut gefällt, ist schon fertig montiert. Es richtet sich ja wohl vor allem an Leute, die bisher mit dem Angeln noch nichts zu tun hatten. Und für die kann das schon mal ein ganz guter Hinweis sein. Zumal es tatsächlich auch so aussieht, als ob es richtig montiert ist. Allerdings, eins fällt mir gleich auf, wenn man ein Stahlvorfach nimmt zum Barsche oder Forellenangeln, dann sollte es aber auch länger sein als das, weil jeder mittelprächtige Hecht schnappt da schon mal drüber. Also das kann man sich eigentlich auch getrost schenken hier. Jetzt habe ich alles montiert. Hier habe ich mir mal die Haken angeguckt. Die sind erscheinlich scharf. Und ich kann sie auch mit der bloßen Hand nicht aufbiegen. Die sind relativ robust. Das ist schon mal positiv zu bewerten. Ansonsten, die Schnurstärke scheint angepasst zu sein. Also das ist jetzt keine 35er Sehne, sondern irgendwo wird es stehen. Ich vermute mal ist es eine 25er, was man durchaus machen kann. Ja, und zur Rolle. Gut, was soll man sagen? Für einen Gesamtpreis von 20 Euro kann man nicht so viel erwarten. Aber immerhin, wenn ich hier unten zudrehe, ist es dicht. Wenn ich wieder aufdrehe, geht es auch auf. Das habe ich jetzt drei, vier Mal hintereinander gemacht und es funktioniert immer noch. Ist für den ersten Eindruck schon mal okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Spinner sagt. Man höre und staune, er läuft. Sieht gar nicht schlecht aus. Und zwar anstandslos. Auch bei unterschiedlichen Einholgeschwindigkeiten. Ich bin erstaunt. Meistens sind ja das genau die Punkte, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Ja, der läuft und jetzt ziehe ich mal durch. Ja, der ist zu geil, wenn ich hier noch einen rauspoolen würde jetzt. Ach, läuft noch da hinten. Habe ich einen Fisch? Ich drehe durch. Gut, ich meine, das merkt man jetzt auch. Bisserkennung oder irgendwas ist schwierig. Was aber jetzt nicht nur an der Kombo liegt, sondern eben auch an der monophilen Schnur. Grundkontakt. Gut, einen Wurf mache ich noch, dann gehe ich an den nächsten Köder. Das habe ich auf den ersten Blick gar nicht so registriert. Da sind richtig viele Spinner drin. Und zwar an der Zahl 5 Stück. Die habe ich alle schon eingehängt und sie laufen auch wirklich. Und zwar nicht schlecht. Und außerdem sind auch noch spitze Haken dran, was ich sehr positiv finde. Scharf sind die Haken hier an dem Wobblerchen auch. Und ob der wirklich läuft, gucke ich mir jetzt mal an. So. Der läuft wie ein Teller, bunte Knete. Nämlich gar nicht so richtig gut. Jetzt komme ich zum ersten wirklichen Kritikpunkt und das sind die Gummifüllköder. Die habe ich mal hier draufgelegt. Fange ich an bei dem Jigkopf. Hier habe ich das mal freigefummelt schon. Aber hier seht ihr, die Ösen sind zugeklebt. Da braucht man dann ziemlich lange dran rumschrauben, bis man da dann diese Öse wie hier wieder frei bekommt. Der nächste Punkt ist, dieser eine war schon verbogen. Und diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, der Bleikopf, wo man den Köder drüber schiebt, das ist zu dick. Das geht jetzt hier gerade noch so, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber wenn ihr euch das mal anguckt und das daneben haltet, oder noch schlimmer, wenn man ein bisschen mehr Gewicht braucht, hier, dann kann das nicht funktionieren. Also die Dinger, wutentbrannt wieder zurück in die Box, das wird nicht. Gut, was haben wir noch? Hier ist noch eine Fibel, halte ich auch mal in die Kamera. Mein Fibel ist ein bisschen hochgegriffen, ist eine Seite auf Deutsch, aber auch nicht schlecht. Hier sind ein paar Knoten. Hier sind ein paar Knoten. Die Rute und eben die Montageanleitung ist für Personen, die mit Angeln wenig am Hut haben, echt nicht schlecht, wie ich finde. Und hier, habe ich ganz übersehen, auch noch Angel-Tipps in Massen. Da sieht man, Sinnesorgane der Raubfische, also kriegt sogar eine Angelanleitung gratis mitgeliefert. Und jetzt zum Abschluss kommt der ultimative Härtetest. Wir gucken, ob das mit den Wurfgewichtsangaben halbwegs so hinhaut. Und dafür haben wir noch mal richtig einen rausgehauen und haben nämlich 10% des Einkaufspreises, des Spinnangler-Sets, noch mal in unterschiedliche Bleie investiert. Die hänge ich jetzt dran und lade mal durch. Angegeben ist die Rute mit 40 Gramm Wurfgewicht. Ich habe jetzt 25 Gramm vorne dran gehängt und damit scheint es auch noch gut klar zu kommen. Sie biegt sich noch nicht mal vorne in der Spitze. Und raus damit, Alter. Alter, fasst einmal rüber. Kein Problem, macht anstandslos mit. Alter, aber was ist jetzt los? Ich glaube, ich habe da hinten voll ins Kraut gesammelt. Jetzt haben wir 40 Gramm, da biegt sich die Rutenspitze so ein ganz kleines bisschen. Mal gucken, ob ich rüberkomme. Und ich aufpassen muss, da sitzen welche. Ich war ein bisschen verhalten, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir noch Murmel reingehängt. 60 Gramm. Das ist schon hart an der Grenze. Aber wir müssen es ja testen. Und Semmel nochmal raus. Ich habe mal abgebremst, weil auf der anderen Seite sitzen welche. Und ich glaube zwar nicht, dass da irgendwie ich da rüberkomme, aber sicher ist sicher. Aber es geht noch. Es geht noch. Man kriegt jetzt bloß den Scheiß. Jetzt hat er sich auf den Grund festgesetzt. Aber auch das funktioniert alles. Ich mache es jetzt mal bewusst ein bisschen robuster hier alles. Kann man sich nicht beschweren. Ein Hecht bekämen wir mit der Kombo auch noch gedrillt. Gut. Also mit 60 Gramm ist am Limit die Kombo. Aber es geht auch noch. Gut. Viel mehr können wir an der Stelle gar nicht machen. Kommen wir mal zum Fazit. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Natürlich ist das keine Ausrüstung, die jemand benutzen soll oder will, der schon ein bisschen Ahnung vom Angeln hat und vielleicht zwei, dreimal im Monat losgeht. Aber diejenigen, die mit Angeln garnischt am Hut haben und einfach mal testen wollen, ob es was für sie ist, vielleicht im Urlaub, für die kann das ein richtiger Einstieg sein. Und wenn sie sich dann fürs Angeln interessieren, kommen sie später bestimmt wieder und gehen zum Fachhändler und holen sich da bessere Ausrüstung. Gut. Soweit dazu. Ansonsten verschenken wir diese Ausrüstung. Schreibt in die Kommentare, warum wir sie ausgerechnet dir schicken sollen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Georg und Grischen. Hinter der Kamera. Bis dann.